Ahoi ihr Landraten und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Seaking mit mir den Schwanke und Sunrider. Willkommen. Genau, den Spakonimia. Ja, heute machen wir mal nicht nur zu zweit, wir haben mal ein paar Coms dazu getan, da er sich immer beschwert hat bei diesem einen mit dem komischen Pester. Da wir ein paar Computer dabei haben, der erste mit fünf Punkten. Was heißt denn hier ich? Ich war nicht der Einzige. Nein. So, der erste mit der mit fünf Punkte erreicht, der gewinnt. Sollte es so weit kommen, dass nur einer irgendwie zu den Punkten kommt, dann ist sieben die Begrenzung, kommt zwei zu den Punkten und ist sechs die Begrenzung. Und damit ist die Wunder geschlossen. Ich bin Meister Blindfisch und ich bin Schotter. Okay, das ist das mit diesem Letzter Überlebnis. Nein, diese blöde... Wenn du stirbst, bist du weg. Da passe ich durch, oder? Ich passe ja durch. Sagen wir mal eins ausgeschaltet. Ja, da passe ich durch. Aue. Bleib weg. Und ich habe das Spiel nicht zu leise geschaltet. Guck mal, eine Lücke, da passe ich durch. Bist du gelb? Ja. Äh, ich passe da durch. Ich passe da durch. Nein. Da solltest du durchpassen. Wow. Fuck. Er hat mich direkt zu Anfang erwischt. Nein, da oben spielt jemand mein Haftspiel. Ich kam nicht mehr weg. Verdammt. Ich passe da durch. Du und deine Lücken. Äh, ja. Ich habe da tatsächlich durchgepasst. Du und deine Lücken, ey. Ja, das ist eine Obsession. Ich merke es. Nein, ich habe keinen Schuss mehr frei. Jetzt schieß doch. Was? Wie habe ich da verfehlt? Ja, ich habe durchgepasst. Fuck. Erwischt. Wir müssen die grünen ausschalten, Leute. Die kommt's, hör dich nicht. Ist mir egal. Nein. Lass das doch. Die tut mir einen Fehler. Wir müssen den Game am Leben lassen. Nein. Immer diese Kaffee. Ich zähle nicht. Halleluja. Nein. Verdammt. Ich habe das noch nicht erwischt. Ich habe einen Punkt. Jeder hat jetzt mindestens einen Punkt. Immer zuerst auf grün. Das ging schnell? Ja. Verdammt. Mann. Warst du da durch? Nee. Gelb gegen Rot. Ah ja. Sieg für Gelb. Verdammt. Was, ich mir gerade einen Sieg gönnen? Du hast weniger Punkte wie er. Ist nur logisch, dass ich dir den Sieg gönnen will. Nein. Sieg. So war es im Zimmermeister. Fehle Schuss. Wie oft hast du gerade daneben geschossen? Nein. Das ist die Pest. Du bist die Pest. Nein, geh weg von mir. Nein. Nein. Ey, guck mal, ich muss nichts machen. Nein, weg. Leid weg. Geh weg von mir. Nein. Nein. Doch. Ich werde wenigstens erst dann wieder los. Nein. Nein. Guck mal, ich bin der Einzige, der bisher noch nicht so wirklich erwischt hat. Nein, ich hasse dieses Spiel. Wie soll ich immer noch? Nein. Geh weg, geh weg. Nein, aber ich bin schon tot. Okay. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Der Kampf zwischen Kleppton Blind Fisch und dem dritten Bot. Nein, aber ich mache nur doppelt. Oh nein. Nicht das Spiel. Oh, das wird lustig. Ich bin tot. Ja, ich kam nicht mal zum Schluss. Es gibt ali. Prozent Prozent Uwe Anliegenfragen wenn sie mich so gern hat in der Karriere ab dem Herbst übrigens das Spiel würde er und hat sich übrigens diesen Ende gehen das haben wir nicht haben auch die Jux einfach mal so weit gespielt wie wir konnten und dann macht er mit 30 Prozent abgehört aufgehört mit abgehört in Städte mit mir der Blinden versträgt nein siehe für Meister Fehlschuss Du bist übrigens, glaube ich, außerhalb der Facecam. Das weiß ich jetzt nicht. Und wie ich denn kuscheln? Ich bin nicht kuscheln. Schösslich. Hä? Was? Du wagst es, diese Schönheit zu beleidigen? Hast du nicht mal zu sehen? Sobald ich das gehört hatte, dein Vater, als ich dich mal abgeholt hatte, sagte, hilfst du dich auch sehen, den Kanal war mit. Das sind meine Eltern, die dürfen sowas sagen. Sie müssen sowas sagen, jetzt sind Eltern. Ich will den Punkt. Nein. Da hilft dir auch der Kontakte nicht. Dann krieg ich meine Familie diesmal sein Frühstück? Nein. Ich will keinen Streit, ich will nur Frühstück sammeln. Wir können das Fried nicht lösen. Hey, mein Frühstück? Ja, du wolltest auch nicht friedlich lösen, also hab ich die Sache in die Hand genommen. Oder bestenssagt, in die Kanone. Eine Drachen brauchen Frühstück? Ja, Drachen. Ja, jetzt kommt ihr hier schon mit Dragons. Weg für euch. Weg! Alter, das ist ja schlimm, dass schon wieder... Hey, du kannst eigentlich abwarten, bis du in der letzten Minute und dann erst anfangen, weil da du eh immer wieder abgeschossen wirst. Verdammt. Das kannst du gar nicht verhindern. Ich sammle ihn jetzt und versuche einfach, jeglichen Kontakt zu vermeiden. Geht weg von mir. Nein! 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 In der letzten Sekunde hat er mich nochmal abgeschossen, der Wichser. Alle Mann auf dem Weg. Weißt du, wieso? Was ist das für ein Spiel? Punkte machen. Durch treffen. Achso. Achso. Nein! Sie haben schon drei Punkte. Ich hab schon zwei. Ja, du hast offenbar drei schon betroffen. Hab ich gar nicht mitbekommen. Ich hab einfach einmal geschossen. Ja, du musst ja nur Treffer landen. Oh, guck mal! Willi! Nein, Willi! Wir können das Bild nicht regeln. Willi! Was hat er gegen mich? Du musst ja nur generell sterben, ne? Willi macht einfach nur besser. Feuer in der Halle! Feuer in der Halle! Geh weg von mir, Willi! Du hast zwei Gefahren, ne? Einmal mich und einmal Willi. Geh weg von mir, Willi. Bitte. Hä? Was ist mit Willi los? Wir haben Willi getötet! Nein, er lebt wieder. Nein, genau! Weg von mir, Willi! Wir müssen jetzt auf Blau gehen. Lass mich doch leben! Wir müssen Blatt töten! Blau stirbt doch gerade. Ja, der hat aber noch ein Leben mehr als du! Komm, meinst du Computer angewinst denn, ne? Ey, ich war abgelenkt. Nehm ihm die Flagge ab! Ach, das ist, äh, okay. Wo bin ich? Da bin ich. Nehm ihm die Flagge ab! Meine, meine, meine! Hörst du dich in Ruhe! Nein! Meine Flagge! Gib her! Gib her! Nein, meine! Nicht damit! Meine! Sie gehackt mich her! Davon träumst du nachts? Äh! Meine, nein! Meine und ich hau ab! Du haust mich ab mit meiner Flagge! Lass! Kacke, verdammt! Es geht die Kacke her! Nein! Nein! Doch! Nein! Doch, und tschüss! Nein! Ich hab B gedrückt! B! Ich hab sie doch gar nicht! Der hat sie! Sie ist das denn nicht! Versuch, ihn auch zu treffen, aber hau ab! Ja! Ja, komischerweise ist das doch nicht nur geballt! Oh, da ist mein Freund! Das ist meine Freundin! Sieg für Meister 4! Ah, nur meine Freundin! Verdammt! Das war blöd, total gut gezielt! Meine Freundin, der Hähnchen, der Zunge sieh ich! Jetzt krieg ich auch endlich mal einen Punkt! Ich hab mich mal weg! Ich passte rein! Ist richtig! Ouch! Oh nein, 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 nein! Äh! Stirb! Nein, 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 nein! Kommt! Baff! Kommt, noch weiter schießen! Oh, zwei Ecke, ich geb' mich nicht! So, zwei umgenietet! Und jetzt den dritten! Ach, verdammt! Wird alle umgebracht! Bis auf die Jünglinge! Da kannst du mich angucken, dass er der Krieg seiner Tag hat, dass ich mich umgebracht habe! Ja, nur noch einen Punkt! Nur noch einen Punkt! Ja, pass ich durch! Ich pass da durch! Hilfe! Ja, guck! Ich bin wirklich durchgepasst! Ich bin wirklich durchgepasst! Ja! Der Blindfisch hat auch mal einen Punkt! Ja, ein! Was kommt jetzt? Nein! Oh! Nicht mehr kommst! Oh Gott! Gegen einen ist das Mini-Spiel schon schläglich! Du kannst, wenn du dran besogen wurdest, nur einfach jede Taste sparen, ne? Ja! Und dann hoffen, dass du lebendig wegkommst! Du hast dann null Einfluss drauf, was dann passiert! Ich habe alles geklappt! Ich habe alle Tasten geleitet! Der hat Lützschuss! Ich habe einfach, ich habe alle Tasten geleitet! Aua! Das wird lustig! Das hasse ich! Er ist gesunken, bevor er es abliefern konnte. Ey, wir machen echt nur bis 5 Punkte. Wo ist die Muschel? Da ist die Muschel! Nein, meine Muschel! Ich habe ihn noch getroffen. Ey, die sterben nur! Ist richtig. Ich verstecke mich hier. Ich verstecke mich, bis die Muschel kommt. So, da ist sie. Nein! Nein! Eine Muschel! Also, die Versteckertaktik ist hier echt von Vorteil. So, warten, warten. Also, das ist ja nicht mal ein Durkern, die haben nicht mal ein Wohnparkett. Wie ist es vor, ne? Oder, beziehungsweise nur 2 Sekunden oder so. Hilfe! Ich will mal hier leben. Es sind hier mehr wie 4 Schiffe unterwegs, das merkt man doch. Ja, nein! Nur die Kopfmann-Punkte. Ich pass da durch! Ich schaff das! Verdammt, falscher Taster. Ich schaff das! Das ist falsch! Ja, ich habe die Kopfmann zu wissen genau, wo die Muschel aufschaut. Das wird nix! Das wird nix! Oh, da ist mein Täubchen! Oh, da ist mein Täubchen! Oh, nicht zu viel! Das ist ja schon zu zweit schlimm! Komm, hier mein Täubchen! Das ist ja schon das! Das wird nix! Ich dachte, das wird nix! Du musst nur stillhalten! Stillhalten, mein Täubchen! Das wird nix! Was zu! Das ist nix! Was zu! Helle! Okay! Hier einfach nur zusammensammeln! Eins, zwei! Weißt du was? Ich warte jetzt einfach ab bis einer vier ist und dann greif ich mir den Rest! Ich warte nur noch einen! Wer hat den letzten? Danke! Nein! Ich habe ihn dir sogar getötet! Ich wollte eigentlich nicht treffen! Ich warte nur noch zwei Punkte! Obwohl, wenn ich dich getroffen hätte, wäre der Rote draufgegangen! Das ist mein Täubchen! Wenn ich dich getroffen hätte, wäre der Rote draufgegangen! Sag mal, warum schießt du den nicht ab? Das sehe ich jetzt nicht ein! Der Kommt ja schießen können! Den Punkt recht nicht! Den komm jetzt echt nicht an! Der Kommt ja schießen können, hat ihn aber gewinnen lassen! Es ist ein GOM! Die sind doch von vornherein gelöst! Nein, die sind ja eigentlich sogar recht intelligent! Die schießen immer den ab, der gerade am dringendsten abgeschossen werden muss! Boah, hör auf zum Flüchten! Nein! Nein! Ich habe es noch im letzten Moment geschafft! Also, der Blaue muss sechs Punkte erreichen, um zu gewinnen! Weil der gerade eben, der wird einfach nicht eingerechnet! Es bleibt jetzt so! Haben wir da gegenseitig rausgeschaltet? Boah, geht die kack Flagge her! Ich habe gleichseitig ausgeschaltet! Das war mein Seitenschuss! Das kann dauern! Der Wind hat mich gerettet! Er hat mich gerettet! Dann kam ein anderer Wind! Ja, der Blindfisch hat es! Der Blindfisch flieht! Tötet ihn! Ja! Was?! Wie gesagt, Spieler 3 muss sechs Punkte erreichen! Wieso?! Er mag dich nicht! Komm, geh weg von mir! Alter, ich habe gerade die gelben zwei Mal gedötet, weil er zwei Mal gedötet hat! Ich bin der gelbe! Ich habe doch den... Äh, nicht den gelben hier! Ich glaube, das war der rote! Nee, blau war! Geh weg von mir, Willi! Genau, hol den! Nein! Jetzt sind wir wieder in der Ausgangssituation! Er frisst alles, was ihm in die Quere kommen soll! Ja, aber ich frisst ihn! Ja, ich bohre ihn! Der Wind schickt mich auch noch in ihn rein! Das ist prima! Ich greife ihn an! Nein, Willi! Da! Nein! Willi! Nein! Brav! Stirb! Ach komm, was hast du gegen mich? Nein! Ach komm schon! Ach komm schon! Brav! Und jetzt ruft... So ist halt schon wieder die Sitzung! Gewonnen! Wie gesagt! Ja, weil Bot 3 zählt ja der eine Punkt nicht! Nee, ich mein... Woher weißt du, dass er so aus halt ist? Er verwechselt mich immer mit der Sitz-Bot-Hotline! Ja! Damit sich keiner beschwert machen mit dem sechsten Punkt draus! Warte, 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 warte! Oh Gott! Äh, bäh, 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 bäh! Okay, es ist die Runde, du musst killen! Dann hast du gewonnen! Ey, DD? Äh, nee! Let's man standing! War schon richtig! Weg! Ich hole den Punkt noch! Toll! Er versteckt sich zwischen den Felsen! Er ist ein Pseudogelber! Was soll das denn heißen?! Ich versteck mich nicht! Ich versuche mich durchzuquetschen! Genau so schlimm! Ach komm schon! Ich hab... Nein! Doch! Hallo, blau! Welche von denen ist blau? Ich hab keine Ahnung! Ich seh bei denen keine Farbe, ich seh nur weiß! Der eine ist rot! Auf jeden Fall! Ich fahr schneller! Einfach auf den da! Was ist dein Finger schneller am Abzug? Nur noch, du! Der, 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 der! Ein, verdammt, falsche Taste! Danke! Verdammt! Was?! Das klappt bei mir nicht! Verdammt! Ich hab die Kugel nicht gewonnen! So, und jetzt habe ich endgültig gewonnen! Sechster Punkt! Ja, wenn es euch gefallen hat, Abo dalassen! Uns hat es Bock gemacht! Aber das nächste Mal nehmen wir nur einen Computer und nicht mehr zwei! Und im besten Falle noch ein, äh, Teammate! Dann einfach keinen kommen mehr! Maximal nur noch drei Spieler bei diesem Spiel, bei vier ist echt irre! Ja! Auf jeden Fall! Und dann werden wir wahrscheinlich gegenseitig anschreien! Ja, haben wir doch jetzt schon! Gerade bei der Schwimmende Perle! So, tschau Leute!